So, schönen guten Tag bei einer neuen Folge Scribble.io mit Ceran, Nico, Gamer und Daniel. Grüß Gott. So, erstmal wieder das schlimmste Wort der Welt. So. Dann gibt's ja... Ja, was denn? Oh, ich dachte gerade. Ach, man. Hä? Ja, das war... Ja, gut, das ist auch gut. Warum machst du das überhaupt so schwer, überhaupt? Ja, da bin ich jetzt auch gespannt. Jetzt muss ich mal kurz... Warte, 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 warte. Jetzt muss ich kurz das Zeichen suchen. Zeichen suchen, Mann. Warte, warte. Hm. Welches Zeichen meinst du denn? Oh Gott. Nix, was du denkst. Nee, oder? Boah, Kabel, ey. Ja, ich wusste nicht, wie ich das meinen sollte. Ich dachte eher ein Zeichen auf der Tastatur, Mann. Was? Noch länger! Oh Gott. Aber das Wort hatten wir heute schon mal. Kann ich euch schon mal als Spoiler nennen. Aber diesmal zeichnen ist besser, wie es der Kollege vorhin gemacht hat. Du kannst es noch gar nicht erkennen. So. Einmal schlau sein. Wie hat er das jetzt vorhin gemacht? Irgendwie so? Dann noch. Och nee, oder? Ja, Zeran, weiß alle. Ja, Zeran, klar. So hat er das vorhin gemacht. So. Es vibriert das Teil. Das würde ich mal ganz irgendwo anders reinmachen. Oh, nee. Ja, stimmt, Zeran. Boah, ist das checkt. Nee, nee, das passt eigentlich. Ja, doch, das passt rein. Das verkünstelt sich wieder bei allem hier. Hm. Was ist das denn? Ach so. Na, der Gamer ist nah dran. Das ist das. Mmh. No, Mann. Shit, das ist super. Ja. Nein! Komische Hand. Meine Hand sieht komisch aus, glaub ich. Oh, der, der, äh, ja. Ja. Ja, ja. 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 Ah, das ist ein bisschen tief angesetzt. Ich hab keine Ahnung mehr. Ich glaube, das ist sehr gut gezeichnet. Das ist richtig gut gezeichnet, ja. Aber René, ich sag dir, du wirst dich gleich richtig aufregen. Wetten nicht. Doch. Du hast es nicht falsch geschrieben. Kommt da normal nicht irgendwie so nah dran aus, was bei dem Spiel? Ja, das stand bei mir auch da, aber dann hab ich halt ein paar Buchstaben umgedreht und dann hab ich es irgendwann hinbekommen. Ja, gut. Total, warum kann ich sowas gut zeichnen? Oh. Äh, keine Klocke. Klocke! Eine Klocke, ja. Das brauch ich beim nächsten Spoten, wenn irgendwie die Türen vorbei kommen. Cool. Ähm. Okay, was hast du das? Oh, keine Ahnung. Keine Schrei. Warte auch mal mit, vielleicht rück ich es erinnert. Macher Psytole. Macher Psytole. Zerahnte Ober-Oberzeichner? Ja das sowieso Der ist wie Gronkh-Bandzeichner Oh ne Pan Ja Gronkh kann aber mega gut zeigen Gesichter einfach Gesichter ja Der könnte Comic-Zeichner werden Jetzt heißt der so fast wie Ruze Sieht aus wie ein Schaf Hä? Hauptsache Gamer Atombombe Oh mein Gott wie heißt dieses Tier ey? Doch ne Mann Oh Gott Ja klar der Felser weiß es wieder Ne Oh Mann Ich hab überhaupt keine Ahnung was es überhaupt darstellen soll Ich schon aber ich weiß nicht wie man das schreibt So wie man spricht Ich weiß nicht mal wie das Ding heißt Achso ja der Das Tier kennt jeder aber ich komm nicht drauf Gürteltier auch irgendwas mit Gürtel war es Gürtelschlampe Oh Alter Alles klar Alles klar Oh ich weiß es Ich kann nicht die Seiten nehmen Ich kann nicht die Seiten nehmen Ich kann das nicht man... ...von zwei... ...ehh... ...ich mach ich noch was für's an... ...hä? ...äh? 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 Hä? Sex und Bier ergibt Ja fast Ach nee, auf Deutsch natürlich wieder mal Sexer Pack Jaaa, ist mir auch grad... Keine Arme? Ja ich auch Ich muss immer ein bisschen sein Äh Ja Ich hätte ja früher mal in der Schule aufpassen sollen Ich glaub dir keiner Ich hab Zeichnen immer verkackt früher glaub ich Als wenn der mit seinen komischen Zeichnungen hat Äh Äh? Döner Hast du keinen Döner? Ja Blonksie Sch-sch-schweigende Zitrone Alle verspäßen vielleicht, das gibt's nicht Das ist nicht wahr Ach man, das ist jetzt gemein Das hatte ich erst am Donnerstag dabei Hä? Oh nein Oh nein 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 Wenn ich sowas mal alle krieg ich echt Hunger Das kannst du dir auch mal schön irgendwo rein schieben Ja Ach Salami Boah die muss mir nachher wieder holen Boah die muss mir nachher wieder holen Die Heute Abend Long Dong Silva Oh Gott Long Dong Sil Aaaaaah Ja bester Name Auf jeden Fall Hätte ich meinen Namen vorher nie geändert würde ich immer noch Geiler Gandalf heißen Geiler Gandalf Er will für nachher auch 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 Der Name der mir hier zugeteilt wurde Ja Mach's aber nachher mit bei Er kennt meine Idee Daniel oder? Ist das da wo man schwarze Nummer also reinschreiben muss? Genau Oh der war... Ja das ist genau mein Ding Oh yeah Oh yeah Geil Da tobe ich mich richtig aus ey Ach das passt wieder an Ey das ist aber alles zu cool Das gibt's nicht B Hä? What? Der ist vom Kopf Alien? Slenderman 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 Aber das Gesicht sieht komisch aus AMG Was ist denn AMG? Nein Fuck Oh mein Gott Hab ich doch Ah hey Was 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 Unself Ah Das gibt's nicht Aufsicherer hab's grad gesagt Hä? Und keiner hat's mitgekriegt Ey besser Ich wusste nicht wie ich das alles malen konnte An Ohhhh 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 Hauptsache ich hab bisher grad noch geschwimmen aber falsch Ja Ja ich achte ja nicht die ganze Zeit auf den Chat Das Ding ist ich hab bisher grad noch gesagt so Anwalt Hast du nicht Hast du nicht du bist ein Lügner Hast du nicht du bist ein Lügner Wir denken nicht ans Konzentrationslager Dankeschön Was? Das so genau wolltest du das jetzt nicht wissen Komm das ist einfach und simpel Oh Weiß ich was Reneni macht Ey Irgendwas du dir machst das jeden Tag Ich mach jeden Tag Ich glaub dir keiner Ich hab sogar am Donnerstag draußen gedauert Chaos Dusche Chaos Dusche Alter Nico Och Nico Oh ne jetzt geht die Teilzeichnereien wieder los Och ne jetzt fängt's schon wieder an Ich freu mich schon auf Cards Against Humanity Ja ist sowas schon Ich such die besten Kartensätze raus Das sag ich euch Mich verarschen? Ja ein bisschen Wow Och ne Meins 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 Äh Scheiße Was soll ich jetzt nehmen? Was soll ich jetzt hier zeichnen was? Äh Was? Keine Ahnung was ich jetzt zeichnen soll man Oh ähm Nicht drücken Was? Was ist das? Ähm Ähm Welt 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 Hau Ach man Nein Ich bin der dümmste Zeichner ey Ich weiß es Pfff Ich kann nicht nur was einfaches kommen wie Eisenbahn oder so Oh komm ey Komm ey wenn ich jetzt gegen Seran noch verli- wenn ich jetzt gegen den noch gewinnen ey das wärs Das kann ich nicht ins Video drin lassen Ähm Ja Jawohl Alter Alter Ja gut Ähm Hä mit S Nein Ne das Video werde ich nicht hochraten Achso Achso Sieg Alter Ich kann nicht mehr Das ist zu geil Wie wir das nachher bei Karten Das war jetzt nur ein Worte ey Sieg Äh Äh Ich bin ich letzter Ja Locker Ganz toll So super Wenn es euch gefallen hat Wenn es euch gefallen hat Lasst einen like Schaut bei den Leuten dabei Ciao Bin ich jetzt im Video?